Die an der Nasdaq-Börse gehandelte Aktie von Riot Platforms, dem größten Bitcoin-Miner aus den Vereinigten Staaten von Amerika, steht 80% unter seinem Höchstwert. Wenn dieses Allzeithoch wieder erreicht würde, was nicht unwahrscheinlich ist, würde das einen Preiszuwachs von 360% bedeuten. Und genau auf dieses Thema werden wir im heutigen Video eingehen. Die Bitcoin-Miner verdienen sich aktuell eine goldene Nase und ob ein Investment in Bitcoin-Mining-Aktien jetzt das richtige ist, das seht ihr gleich. Auch werden wir heute natürlich auf die neuesten Geschehnisse bezüglich des Bitcoin-Spot-ETFs eingehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja und mit dem ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Wir fangen mit den Bitcoin-Spot-ETF-News an. Und zwar gibt es gemäß Fox Business eine wichtige Meldung und zwar, dass die SEC mehrere Telefonate mit allen Bitcoin-Spot-ETF-Bewerbern diese Woche durchgeführt hat, was die Gerüchteküche natürlich wieder broden lässt. Eins kann ich auf jeden Fall sagen an der Stelle. Wenn wir betrachten, wie oft die SEC sich aktuell mit BlackRock, mit Grayscale und auch der Nasdaq-Börse trifft, um Arbeit und Zeit zu investieren bezüglich der Aufsetzung des Bitcoin-Spot-ETFs, dann halte ich persönlich es mittlerweile für sehr wahrscheinlich, dass wir den Bitcoin-Spot-ETF bereits im Januar nächsten Jahres sehen werden. Die End-Deadline bleibt der 14. oder 15. März 2024, aber ich denke wirklich, dass wir bis zum 10. Januar bereits hier den Bitcoin-Spot-ETF haben könnten. Und ja, wir sind natürlich alle gespannt und das wäre natürlich das Ereignis direkt am Start des neuen Jahres 2024. Dann kommt noch das Halving und noch einige Dinge mehr, aber auf jeden Fall wird 2024 ein sehr interessantes Jahr für Bitcoin. Und ich bin sehr gespannt darauf und freue mich, mit euch das zusammen miterleben zu dürfen. Natürlich geht es nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin vorwärts bezüglich des Bitcoin-Spot-ETFs. Auch in Hongkong hat die Securities Commission mitgeteilt, dass sie nun offen sind für Bewerbungen für einen Bitcoin-ETF. Also an verschiedenen vielen Orten auf der Welt passiert etwas und die Bitcoin-Adoption, die schreitet definitiv voran. Und falls ihr über diese Bitcoin-ETFs mehr erfahren wollt, was ist ein In-Kind-Modell, was ist das Cash-Modell und für was wird sich die SEC sehr wahrscheinlich entscheiden, dann kann ich auf jeden Fall das Video hier empfehlen. Endlich die Bitcoin-ETF-Details sind da. Dort erkläre ich das Ganze so einfach, wie es geht. Die Frage, wie man überhaupt in Bitcoin-Mining-Aktien investieren kann, lässt sich ganz einfach beantworten. Es gibt einen ETF hier von Valkyrie, den WGMI, we're gonna make it, wirklich hier an der Stelle sehr kreativer Ticker. Hier könnt ihr auf der Webseite euch selbst durchschauen, welche Bitcoin-Miner oder Firmen, die am Bitcoin-Mining beteilt sind, hier überhaupt gelistet sind. Wir haben hier auch ein Video drin. Ich weiß nicht genau, inwiefern sich Nvidia am Bitcoin-Mining-Prozess beteiligt, aber auf jeden Fall haben wir hier eine richtig große Auflistung an eben angeblich Bitcoin-Mining-Teilhabenden Unternehmen in diesem ETF. Könnte man machen, da ist natürlich eine Gebühr drauf, von dem her für mich persönlich jetzt nicht so interessant, wenn ich einen ETF kaufen würde, dann nicht einen Bitcoin-Mining-ETF. Ich denke, da würde ich mir dann schon so ein bisschen die Rosinen rauspicken und eben auch wirklich die Unternehmen kaufen, die aktiv Bitcoin minen und nicht nur in der Supply Chain des Bitcoin-Minings einfach eine Position beziehen. Ja, und ich hatte nach meiner Recherche mein Augenmerk dann hauptsächlich auf den größten Bitcoin-Miner der Vereinigten Staaten, die Riot-Platforms. Und was ich bei Riot-Platforms beobachten konnte, waren zwei bis drei ganz interessante Punkte. Erstens einmal ist die Aktie minus 80% von ihrem Allzeithoch. Natürlich das Allzeithoch, wenn der Bitcoin-Preis hoch ist, dann lassen sich die Bitcoin, die geschürft werden, teuer verkaufen. Hier im Februar 2021 und eben seither die 80%-ige Korrektur. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, naja, aber wenn Bitcoin wieder ein neues All-Time-High erreicht, dann müsste doch der Preis mindestens wieder ans All-Time-High hier angepasst werden. Also müssten wir hier 360% Potenzial haben nach oben und ich würde sagen, ja. Bei meiner Analyse habe ich mir dann aber überlegt, Moment mal, das Bitcoin-Halfing steht vor der Tür, was den Block-Reward in die Hälfte halbiert. Das heißt, auch wenn wir hohe Transaktionsgebühren haben und auch in der Zukunft noch haben, haben wir trotzdem eine Halbierung dieser Block-Subsidy. Was bedeutet, dass natürlich enorme Gewinneinbußen bei allen Bitcoin-Miner stattfinden werden. Also lohnt sich dieses Investment überhaupt? Ich bin dann auf dem Riot-Platforms-Chart hier auf der Nasdaq-Börse ein bisschen in die Vergangenheit gereist und habe gedacht, dass doch vor oder nach dem Bitcoin-Halfing zumindest hier der Preis der Aktie extrem stark eingebrochen sein muss. Und ich war überrascht, denn das war überhaupt nicht der Fall. Wenn wir jetzt hier rauszoomen, wir haben jetzt das Datum der 11. Mai 2020, wo das letzte Bitcoin-Halfing stattfand, also wo der Block-Reward von 12,5 auf 6,25 Bitcoin reduziert wurde, den Stand, den wir aktuell haben. Und wenn wir hier ein bisschen rauszoomen, sehen wir im Gegenteil, die Aktie hat sogar relativ gut performt hier und konnte hier wirklich sogar in einen nächsten Bullrun eintreten. Das war für mich sehr verblüffend und ich muss sagen, naja, das war sicher auch Hype getrieben und dann natürlich auch Bitcoin-Preis getrieben an der Stelle. Und genau so etwas könnte ich mir hier wieder vorstellen. Natürlich könnte man auch hier wieder sagen, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir hier den Boden gekauft hätten bei fast 3 Dollar unten. Mittlerweile sind wir schon wieder fast bei 17 Dollar. Aber nichtsdestotrotz noch einmal, wenn wir das mit dem All-Time-High vergleichen, hier bei knapp 80 US-Dollar, dann ist das noch ein weiter Weg dorthin. Also ja, Bitcoin-Mining-Aktien, die könnten sich auf jeden Fall lohnen. Kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Was sind denn die positiven Punkte und was sind die negativen Punkte einer Bitcoin-Mining-Aktie wie eben Riot Platforms? Erstens einmal positiv, es wirkt als ein Hebel von Bitcoin. Die Mining-Aktie selbst hat eine stärkere Performance hingelegt in der Vergangenheit als der Bitcoin-Preis in einem Bullenmarkt. Und genau das könnte wieder passieren. Es könnte eine Überspekulation geben, aber da muss man natürlich aufpassen, da könnte natürlich die Reise nach unten genauso stark eben auch gehebelt sein oder eben stärker als der Bitcoin dann an Wert verliert. Dann haben wir eine Diversifikation, wobei wir hierzu sagen müssen, naja, ein Investment in Bitcoin oder in den Produzenten von Bitcoin, das ist mehr oder weniger das Gleiche. Klar haben wir bei den Bitcoin-Miner natürlich Veräußerungen von Bitcoin. Das könnte einen Preiszerfall vielleicht ein bisschen abschwächen, aber ich muss hier ganz ehrlich sagen, an der Stelle ein Investment in eine Bitcoin-Mining-Aktie und hier kommen wir auch schon zu den negativen Punkten, würde ich niemals einem Investment in Bitcoin vorziehen. Für alle diese Leute da draußen, die eben nicht direkt Bitcoin kaufen wollen, kann das eine Option sein, für mich persönlich aktuell eher weniger. Aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Ein negativer Punkt ist ganz klar die Hashrate. Nicht nur Riot-Platforms baut ihre Anlagen immer weiter aus, sondern immer mehr Unternehmen und auch Länder haben angekündigt oder sind bereits dabei, Bitcoin zu schürfen. Das bedeutet natürlich, dass der Ertrag für den einzelnen Miner nicht nur vom Hafen gedrosselt wird, sondern eben auch von der zusätzlichen Konkurrenz. Es sei denn, Riot würde sich jetzt irgendwie als absoluter Global Player durchsetzen, aber das ist im Interesse von niemandem. Denn Bitcoin verliert an Wert, je zentralisierter das es ist. Also es ist im Interesse von keinem Miner, Bitcoin zu zentralisiert zu gestalten. Also denke ich, wird das Ganze so weitergehen und die Einkünfte der Miner werden in Zukunft eher abnehmen. Zumindest der einzelnen Miner. Auch wenn die Gebühren steigen. Dann haben wir noch einmal das Wort Zentralisierung. Und zwar, wenn ich in Riot-Platforms investiere, dann bin ich von diesem zentralen Miner abhängig, nämlich eben von Riot-Platforms. Wenn ich einfach in Bitcoin investiere, dann habe ich diese Abhängigkeit nicht. Also da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Klar, wie bereits erwähnt, es gibt ein ETF, aber nichtsdestotrotz ist es halt dann eben eine Abhängigkeit dieser Unternehmen. Und wenn ich Bitcoin kaufe, dann bin ich einfach vom Bitcoin-Netzwerk abhängig. Und das wissen wir. Das läuft einfach seit 15 Jahren und werden auch die nächsten 15 und 150 Jahre noch laufen. Und der letzte Negativpunkt, wie ich bereits erwähnt habe, das Bitcoin-Halfing. Ganz klar, da werden natürlich eben auch die Ausschüttungen immens minimiert. Abschließend kann ich sagen, ja, dieses Investment ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich werde das weiter auf dem Radar behalten. Ich habe heute sogar den Geschäftsbericht von Riot-Platforms durchgelesen. Die machen aktuell Verluste, aber es ist halt ein sehr zukunftsorientiertes Business. Nichtsdestotrotz, für mich aktuell bleibt hier ein Investment aus. Aber vielleicht in der Zukunft könnte es sein, dass ich ein bisschen was in Bitcoin-Mining-Unternehmen investiere. So, das war es an der Stelle aber auch bereits für das heutige Video. Falls wir uns nicht mehr sehen vor den Feiertagen, da wünsche ich euch natürlich ganz schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr werdet ordentlich beschenkt und ich hoffe, ihr verschenkt ordentlich Bitcoin-Literatur und Satoshis. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis dann. Bis dann. Bis dann.